Frau Alexa Berg, Sie haben in dem Zusammenhang mit dem Mord an Eva Baumann bereits eine Aussage gemacht. Sie waren Augenzeugin. Bitte schildern Sie uns, was Sie gesehen haben. Das ist eine Falle! Du glaubst doch nicht, dass Alexa plötzlich ein guter Mensch geworden ist und Ihre Falschaussage zurücknimmt! Wo bist du, Papa? Bei aller verständlichen Trauer um Ihren Vater, hier geht es jetzt primär um Eva Baumann und darum, wer geschossen hat. Ich will Ansgar nicht verlieren, okay? Ich brauche ihn. Ich weiß einfach, dass er sich nicht auf Alexa verlassen darf. Befindet sich derjenige hier unter uns?